So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Ja, in der letzten Folge haben wir den Garmia Tower geschafft und haben Elena daraus befreit. Und jetzt können wir weiterziehen zu North Silesia. Ja, wie auch immer das heißt. North Silesia. Silesia. Zu Eno Mountains 2. Okay, wo ist eins? An die Eno Mountains 1. Bam, Muscle Mushroom. Oh, ey, das Geld. Okay. Spuckt nicht, das spuckt nicht immer was raus. Eno Mountains 1. Kommt her, ihr Spinnis. Nee, mach mal Impact Bomb. Bam. Kaputt. Hier kommt ihre Impact Bombe. Bum. Schnell. Tensei Ken Slash. Bam. Eine Nuss. Slowpoke Nude. Cool. Hey, da ist noch ein Pilz. Kommt mir gar nicht hin. Na sowas. Doch. Doch. Doch, man kommt da hin. Oh, ich geb's nicht hier unten. Nix. Oh, ey. Eine Schlange. Hilfe. Mushroom Cloud. Oh no, Snake. Ha. Kommst du nicht mal dazu. Ah, nicht getroffen. Hier geht mein Impact Bomb. Bam. So. Ja, den Rest machen wir so. Jetzt aber. Juhu. Cool. So. Und gibt's da drüben noch einen Pilz? Boah, Geld. Cool. Schon wieder die Spinnis. Tensei Ken Slash. Bam. Kaputt. Ah, wieder den Nuss. Jawohl. Wir sind schneller. Cool. Weiter geht's. Boah. Mann, ho. Oh. Mann. Wie viel Snake. Snake muss sich überall verstecken. Na, das war grad falsch rum. Bam. Nein. Autsch. Damm. Bam. So, los. Bam. Bam. You better practice if you want to beat me. Juhu. Elena ist Level 8. Schon wieder Geld. Wah, nicht guter Snake. Boah. Immer die ganzen Snakes. Das Geld. Hab ich vorhin gesehen. Ach. Schon wieder Snake. Nee, doch nicht. Jetzt Snake. Ja. Okay, geht's wieder raus. Uh. Nein. Nein, nicht wieder Spinnis. Boah. Boah. Ich stack fest. Ich stack fest. Verdammt. Ich stackte fest. Wutsch. Wow. Ah, noch abgewehrt. Bam. Nein. Hier geht mein Impact-Bomb. Bam. Gotta work even harder. Jawoll, Level 12. Wah. Tschüss. Du Vogel. Nee, nee, nee. Einfach rennen, rennen, rennen. Wah. Nein, nein, nein. Ich würde da festhängen. Wah. Hilfe. Mann. Geld. Schuhe, der Geld. Immer bleib schon in dieser Ecke festhängen. Ah, tschüss. Tschüss, du Vogel. Ah, ein Restplatz. Skye. Mind looking around a bit? No problem. Getting tired? We can rest for a little while. No, I am still... Alright. Don't get too comfortable. The night... Was the night has many eyes. Leave. Your children's tales are neither frightening, nor amusing. Don't overdo it. We are staying here tonight. Was can you... Oh, scheiße. Bist schnell gedrückt. Yes. Ich hab irgendwas... Scheiße, hab zu schnell gedrückt. Irgendwas can you... Bla. Standard. Egal. You calmed down a bit? Pay attention next time. Man, nicht drücken. Alright. Anyway, what happened back at the Tower? Ready to talk about it yet? I do not remember much. It was... I believe it was a ceremony of sealing. I was to sing. I began my songs. My sisters moved to restore the seal. And then... What about the wings? Forgive me. I do not wish to remember. Uh-huh. We're missing something here. You must be able to remember. What did the clouds of incense fog your memory? Huh? Do you assume? Hey, I'm not presuming to know what goes on behind closed doors, sister. I'm just saying you were there. Bah, hopeless. You do not understand. Because I'm not suspiccate enough? Because I don't fall all over myself to be the first in line at the temple doors? Now you mock me. Now I've been mocking you for the last half hour. A little slow to notice, aren't we? Why do you persist in waxing me? Do you bade me to watch me suffer? Do you take pleasure in my pain? Please, I do not need your grief. As I have much of my own. I'm surprised that you've managed to remain so naive. And survive as long as you have. Is that what you think? Forget it. Get to sleep. We've got a ways ahead of us in the morning. Hey, leave some space for me. I hope you're joking. Never mind. I will sleep outside the tent. Es schläft zu draußen. I didn't mean it that way. Hope you like sleeping on rocks. Ah. Es schläft zu draußen. Ach, man. Sweet yourself. So, she is finally asleep. What about you, loverboy? You going to sleep? I can't. I keep seeing Elena surrounded by darkness in the tower. Nightmares, man. Don't think about it. Nothing you can do now. And I pissed her off, man. She's so perky and happy. Now she hates me. You saw her. It can't be helped. You know how the church feels about those working tubes. Types. But I guess she has been sheltered her whole life. She's never seen the world outside her window. And then to have her friends die on her like that. And I couldn't save them. Compassion, Ryudo. A little late for that. Your words would sound far better had they been spoken sooner. Sometimes. All I can I didn't want. She was to be kept from harm yet even now she suffers. And I cannot bear to see it. It is my duty to protect her. You're humanizing your words again, Ryudo. Badly. You know as well as that what you feel has less to do with duty than with with what, Skye? With concern? With sentiment? That's not me. Still, I've never felt good night, Skye. Sweet dreams, Ryudo. I forgot to say good night, Skye. Good night, Skye. I have to look at the music in the scene. Why did he not tell me? I have to look at the scene. I have to look at Ryudo, it's morning already. Good morning, Ryudo. Are you awake? Cut it out, Elena. It's too early. Up until now. What is it? I'm so sorry. I misjudged you, Ryudo. I took you for just another destable Chiyu hound. Skye, I misjudged you as well. Please forgive me. What snuck into your sleeping bag? I am a destable Chiyu hound. I am a destable Chiyu hound. I agree. Anyway, Ryudo, please help me get to Grenel's Cathedral and you too, Skye. Plötzliche Wendung beim Schlaf oder was? Oh, na toll. Jetzt ging's kaputt. Da ist ne Kiste. Und was gibt es hier oben? Einen Stein. Auf einmal den Vogel erst mal platieren. Komm her. Dammit. Hast du mich von hinten erwischt, du? Hey, Autsch klingt auf Deutsch. Oder so. Höre ich mich da? Nein. Bam. Schnell. Mach's kaputt. Nein. Autsch. Mann. Los. Helena, Mensch. Ist das ne Mütze? Ah. Hä? Ach. Ach, Mensch, ja. Ich muss erst mal das da hinschieben. So. Climbing hat. Hey. Helena hat ein Holy Egg. Cool. Oh, man hat 10 Sägen. Slash of 3. Achso, Bisser Hut. Ich will. Ich will. Ne. Oh. So. So, und. Los, einmal eine Runde kickeln. Bam. Und. Yay, alle Sechse. Am Kegeln heißt alle Neune und hier heißt alle Sechse. Poison Antidote Yomi's Elixir Crystal Bruch. Ist das ein Crystal Bruch? Level 3 Earth Resistance. Ah, da geht's doch schon weiter. Da ist noch ein Weg. Hier unten. Oh, Geld bei Gegner. Mach mal ne Handgranate. Benutzt du mal ne Handgranate? Na toll. Jetzt hat er sich bewegt. Autsch. Hier geht mein Impact Bomb. Bam. Au. Toll, noch vergiftet. Aua. Mann. Nein. Autsch. Aua. Meine Güte. Hart. Modus. Voll krass. Aua. Aua. Mann. Williutou. Aua. Oh, Mensch. Los. Jawohl. Die haben jetzt viel XP gebracht. Und ein O-Ring. Du hast 10 Defense. Achso, das gleiche. Na, wir nehmen mal den Snake Earring. Wir nehmen mehr Gift... Gift Schutz. Hä? Geht's jetzt hier weiter oder was? Oh, na eben. Cool, geht's schon weiter. Äh, warte mal, was geht's... Na, wir gehen weiter. Warte mal. Ne, wir gehen auch nicht weiter. Cool, jetzt sieht man hier einen Schatten nur auf dem Boden. Vielleicht gibt's hier oben noch was. Oh, so ein Vogel. Der hier rumplattert. Ah! Hä? Nee, hier gibt's absolutly nothing. Okay, dann gehen wir da runter. Vielleicht gibt's noch was. So, und bevor wir in die nächste Stadt gehen... Warte mal. Ah, das machen wir noch in der Stadt. Okay, das können wir dann speichern. Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh... Das war jetzt weil ich jetzt was geöffnet habe. Das Spiel hat jetzt nicht gegangen. So, aber trotzdem machen wir hier an der Stelle erst mein Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.